Was? Warum denn? Ja, ich wurde gerade im Discord darauf aufmerksam gemacht, danke dafür Heger, dass unser liebster Medienmogul wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben hat. Er hat geblockt, eigenhändig oder eigenfüßig, je nachdem. Mit den Händen kann man sowas glaube ich nicht zusammentippen. Ja, und da habe ich mir gedacht, nimmst du den Text, gibst den der KI mit der engsten Stimme, die gerade hier im Raum ist, lässt das vorlesen, dann hören wir uns das zusammen an und fragen uns, was will er überhaupt von uns. Vielleicht versteht ihr es, ich habe es versucht, ich habe kaum was verstanden. Los geht's. Nein, soll er nicht, er wird, aber er soll nicht. Ja, zum Beispiel hier im Block, da kommt ja gerade was. Also dafür, dass nichts kommt, kommt doch was. Nun bin ich seit eigentlich schon diesen Tag 19,03, 2024er komplett off und nur noch im Discord anzutreffen. Abgesehen natürlich von deinen Blog-Einträgen und deiner Bettelseite auf tipi, die ja immer noch da ist. Ich habe es ja eingeblendet, 513 Euro schon den Monat für absolut gar nichts. Ja, und dann natürlich noch TikTok, der Account ist ja auch wieder aktiv. Ist zwar nichts drauf, aber, also nichts Neues, aber der Account ist aktiv, nach wie vor. Obwohl ich jetzt schon nur da anzutreffen bin, gibt es dennoch, wie zu erwarten war und womit ich gerechnet habe, Aufnahmen, in denen wieder mit Ki und Ai Lügen verbreitet wurden. Ja, ne, ist klar. Also nicht nur mit Ki, sondern auch mit Ai. Ich denke mal, er spielt auf das Verhörzimmer an. Klar, wir wissen alle, niemand würde sich wirklich mit ihm in einen Raum setzen und ihn einfach reden lassen. Und dann würde Rainer so einen Stuss von sich geben. Nein, dazu ist er viel zu clever. Nein, da muss sich einer hinsetzen, monatelang in Kleinarbeit sowas Skripten und der KI beibringen. Auf jeden Fall, das klingt überzeugend, Rainer. Ich glaube, der fasst jedes Wort. Also nicht mal das Datum. Ich will aber hier nicht auf die zu erwarten gewesenen Lügen hinaus. Mais, die ich bekommen habe. Ich habe im vergangenen Monat und Anfang diesen Monat wiederholt Mais bekommen. Darunter sehr viele, die gebeten haben, dass ich weitermachen soll mit Videos und Striams. Wer schreibt ihm denn sowas? Also gibt es wirklich jemanden, der ihm unironisch sowas schreibt? Wie viel man davon ernst nehmen soll, weiß man natürlich nicht. Dennoch kommt diese Frage aktuell oft auf. Ich habe weiterhin vor, nichts zu machen. Gut, das war ja generell dein Ziel. Nichts machen und dafür Geld bekommen. Ja, und Aufmerksamkeit, Bewunderung, Wurstfächer. Also alles wie gehabt. Dieser Blog ist ja ausgenommen und selbst hier kommt so gut wie nichts. So soll es auch weiterbleiben. Aber nun, nach einem Monat denke ich ist es absolut ok. Wen ich das mal anspreche und über Twitter, dass es im Idealfall auch jeder mitbekommt. Poste. Obwohl solche Sachen oft genug von hartern verbreitet wird, so dass man es früher oder später ohnehin mitbekommt. Ja, das stimmt allerdings, keine egal, was du machst. Früher oder später wird es bekannt. Und da braucht man nicht mal KI und AI benutzen, um irgendwas zu fälschen. Das machst du schon von ganz alleine, die dummen Sachen. Den Mais selbst gibt es nur wenig zu sagen. Meist war es sowas wie Bleichstark Drache Wir stehen hinter dir Oder sowas wie Wann kommen wieder Streben und Videos von dir? Gerade Letzteres kam in verschiedenen Formen immer wieder. Ja, und bestimmt kam auch von diversen Gläubigern immer mal wieder Wann kommt denn endlich Geld von ihnen? Aber das erwähnt er ja nicht. Ich musste mich da schon stark zurückhalten, um nicht genervt zurückzuschreiben, dass es doch im Blog ein Julia Pause steht. Aber gut, ich möchte das jetzt mal etwas genauer ausführen, da es wie immer Gerüchte gibt, warum ich aufgehört habe. Die sichere Aussage, dass ich weitermachen werde, bevor das Jahr endet, und die Gewissheit, dass ich das schon öfter versucht habe. Was immer schief gegangen ist, fangen wir mit dem ersten Punkt an. Moment, bevor du mit dem ersten Punkt anfängst, könntest du mal kurz erklären, was mit dem letzten Absatz jetzt gemeint war? Also er möchte jetzt etwas genauer ausführen, warum er aufgehört hat. Okay, gut, es gibt ja verschiedene Vermutungen, wer das jetzt genau ausführt hat, und wir wissen alle, was wir jetzt hören werden, ist alles außer die Wahrheit. Und dann die sichere Aussage, dass ich weitermachen werde, bevor das Jahr endet, und die Gewissheit, dass ich das schon öfter versucht habe, war es immer schief gegangen. Hat er das jetzt einfach nur unfassbar blöd formuliert, oder meint er damit, dass ihm keiner glaubt, dass er wirklich aufhört? Und wenn es nur für ein Jahr ist, weil er schon so oft angekündigt hat, dass er aufhört, und das halt eine drachige Ankündigung war, also ankündigen und nichts einhalten. Rainer, liest du die Texte eigentlich durch, bevor du die veröffentlichst? Oder lässt du sie von jemandem lesen, der lesen kann? Das wäre vielleicht eine Idee. Punkt 1. Warum habe ich aufgehört? Es hat wie alles, was ich mache, mehr als einen Grund, dass ich aufgehört, habe, will. Dass ich aufgehört habe, will. Hast du jetzt aufgehört, oder willst du aufhören? Beziehungsweise willst du aufgehört haben? Da musst du dich jetzt schon entscheiden. Der Hauptgrund und wichtigste ist, dass im letzten halben Jahr die harter Einfluss verloren haben. Ah, ja, okay. Der Hauptgrund, dass du nichts mehr machst, ist, dass der Hate quasi zurückgegangen ist. Der Hate wurde weniger. Hast du jetzt gerade versehentlich gesagt, dass es sich für dich nicht mehr lohnt, weil es dein Geschäftsmodell war, all die Jahre das arme, arme Mobbingopfer zu sein? Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Ich meine, normalerweise, wenn man Spaß daran hat, Videos und Streams zu machen, das auch beruflich machen will, davon leben will, seine Frau und die zwölf Kinder ernähren, dann sollte man sich doch freuen, wenn der Hate weniger wird und dann sagen, ey, klasse, jetzt kann ich es endlich ungestört und ohne dass Leute meine tollen Videos und Streams kaputt machen, mein Zeug machen, aus Recht, dann hört er auf. Das ist dämlich. Das ist, als wäre Rudi in Stalingrad, nachdem der Gegner sich völlig unfauf zurückgezogen hat, Rudi dann sagt, oh ja, nee, dann ziehen wir uns auch zurück. Da haben wir verloren. Es ist lange nicht mehr so schlimm, wie vor noch einem Jahr oder vor zwei Jahren. Ich bin aktuell in Nürnberg und Umgebung unterwegs und außer zwei, drei Bilder ist nichts aufgetaucht. Ja, reicht dir auch einer. Ja, dann freu dich doch. Dann könntest du doch jetzt deine Headbang-Videos vor dem Pariser Turm machen, am Nürnberger Plärer und was weiß ich wo. Könntest du doch jetzt ungestört machen, die Sachen, die du schon immer tun wolltest, aber das ist für ihn ein Grund aufzuhören. Also ich kann das beim Besten, ich versuche es ja manchmal, dass ich mir einfach denke, okay, versuch mal so zu denken, wie ein Mensch, der komplett gar keinen Verstand hat, um sich so in reiner rein zu versetzen. Aber es gelingt einfach nicht. Gleichzeitig wurde ich weder angegriffen noch belästigt. Genauer gesagt, ich konnte mich so bewegen, wie es meiner Meinung nach jeder Strämer oder allgemein Person des öffentlichen Lebens möglich ist. Ich wurde klar angesprochen auf Fotos oder ähnliches. Das alles aber freundlich und höflich. Im Prinzip so, wie ich es mir anfangs immer vorgestellt habe, als das Ganze anfing. Ich bin nun schon länger am überlegen, wie ich weiter vorgehe. Anfang des Jahres habe ich schon den Unterschied gesehen und seitdem ist es noch angenehmer geworden. Ja gut, Rainer, es ist ja klar, wenn du kein Futter mehr lieferst, heißt ja das Futter liefern, aber auch wenn du nicht mehr provozierst, reagieren weniger Leute auf die Provokation, die nicht mehr kommen. Das ist doch klar. Also im Endeffekt, er sagt die ganze Zeit, was die Hater all die Jahre gesagt haben. Hör auf, war richtig. Ich habe jetzt zwei Wege, die ich sehe und hoffentlich gehen kann. Einer von beiden ist der, für den ich mich entscheiden will. Natürlich haben beide Wege Dornen, aber auch Blumen. Kurz gesagt, beide Wege sind schwer, haben aber ihre jeweiligen Vorteile. Rainer, wir kennen dich ja, er nimmt immer den harten Weg, den schweren Weg. Und dabei leuchtet er golden. Eine Weg trennt sich auch nochmal in zwei Wege. Ja, und dann kommt noch eine Kreuzung, eine Unterführung, eine Brücke. Irgendwo ist dann auch mal Stau, dann muss man an der Ampel rechts ab. Rainer, geht's noch verschwurbelter. Der eine führt zu dem anderen Weg zurück. Der zweite geht den zweiten Weg weiter. Verwirrend. In meinem Kopf klingt es immer besser. Aber ich weiß natürlich auch, was ich meine. Also versuche ich mal, mit einem Weg anzufangen. Ja, Rainer, am besten ist, du machst eine Zeichnung. Also dein komplett verquasenes Geschwurbel, das kann wirklich kein Mensch nachvollziehen. Du hast zwei Wege, für einen entscheidest du dich. Der teilt sich dann auf, führt wieder auf den anderen Weg zurück. Dann kommt hinten noch eine Sprossenwand, die musst du hoch. Dann an einer Liane über den Bach springen. Was erzählst du da? Weg 1 ganz aufhören. Gute Idee, mach das. Der einfachste Weg für mich. Auch wenn es aufgrund meiner Schulbildung, so wie meiner jahrelangen Abwesenheit vom allgemeinen Arbeitsmarkt ist, macht es diesen auch schwer. Ja gut, die Schulbildung, klar, ohne Schulabschluss und ohne irgendwas, was einer Berufsausbildung nahekommt, ist es natürlich schwer, einen Job zu finden. Also so komplett ohne Qualifikation. Und die Dinge, die man dann tun könnte, werden meistens dann körperlich herausfordernd. Und das ist jetzt auch nicht so deins. Ja, das ist klar. Aber da kann jetzt eigentlich auch keiner was dafür ausser du selbst. Vorteil für mich. Ich kann ein für allemal aus dem öffentlichen Leben aussteigen. Für mich auch mit dem Schrecken. Der mich erwartet sehr viel verlockenderer. Das aus dem öffentlichen Leben aussteigen ist für dich mit dem Schrecken, der dich erwartet, sehr viel verlockender. Hat irgendjemand diesen Satz verstanden? Wenn ja, bitte erklärt ihn mir. Bedeutet, ich kann vielleicht in einigen Jahren wieder unbehelligt herumlaufen und mein Leben normal führen. Vielleicht irgendwann sogar wirklich doch noch eine Familie gründen. Nein. So blöd sind Frauen nicht. Ich glaube, da hat die Biologie schon rechtzeitig einen Riegel vorgeschoben. Meine Kommune vorantreiben? Nein. Weil dann dafür bräuchtest du irgendjemanden, der das alles für dich macht. Weil du bist einfach, selbst wenn du die Mittel hättest, die finanziellen, du bist einfach nicht in der Lage, sowas zu planen. Geschweige denn dann durchzuführen und auch zusammenzuhalten. So eine Gruppe Menschen, die musst du auch zusammenhalten. Da brauchst du auch so eine gewisse soziale Kompetenz für. Und die geht dir halt auch komplett ab. Oder einfach einen Weg einschlagen, den ich jetzt noch gar nicht sehen oder bedenken kann. Das wäre vermutlich das Beste für mich persönlich. Damit würde aber auch mein Traum sterben, mich aktive gegen Mobbing einzusetzen. Du hast dich noch nie aktiv gegen Mobbing eingesetzt. Was soll dieses Gelaber schon wieder? Du hast den Begriff Mobbing für dich instrumentalisiert, um damit Aufmerksamkeit und Kohle zu generieren. Mehr nicht, Rainer. Und damit hast du jedem echten Mobbing-Opfer jeden Tag ins Gesicht gespuckt. Und manche Leute mögen das nicht, ich zum Beispiel. Weil ich finde Mobbing richtig kacke. Natürlich würde ich dennoch versuchen, weiter etwas Gutes in der Welt zu bewirken. Doch meine Möglichkeiten sind dann deutlich eingeschränkter. Ja gut, dann geht die Welt natürlich unter. Das ist klar, wenn er nicht so wie bisher in seinen Videos und Streams Gutes für die Welt bewirken kann. Also es wird schon hart für die Welt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ob die Welt das aushält, ich habe da so diverse Zweifel. Rainer, was hast du denn Gutes für die Welt bewirkt oder zu bewirken versucht? Nix, oder? Also exakt gar nichts. Gut, du warst für manche Menschen, das muss man zugeben, abschreckendes Beispiel genug, damit sie gesagt haben, nein, ich setze mich auf den Hosenboden, ich lerne jetzt für die Schule, auch wenn ich keinen Bock habe. Oder ich gehe zum Sport, auch wenn ich zu faul bin. Oder ich esse die dritte Pizza doch nicht, auch wenn sie noch so lecker aussieht. Also da muss man sagen, hat er schon irgendwo was Gutes getan. Weg 2 in keinem Jahr zurückkehren. Als erstes muss ich zu diesem Weg sagen, es ist natürlich der von beiden schwerste. Allerdings werde ich mich für den Weg ohnehin nur entscheiden, wen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Na, was muss die Weltregierung denn bis dahin alles für dich erledigt haben, damit du wieder mit altem Glanz und neuem Schwung zurückkommst und endlich das Big Match gegen Auge machst? Das gilt sehr wahrscheinlich sogar nach dem Ablauf des Jahres am 1,1-2025. Darunter zählen mitunter, dass die Telegram-Gruppen wie Schanzenwatsch-Broadcast und Drachenlord-Telegram, so wie andere größere und kleinere Hatter-Gruppen, die gegen mich arbeiten, verschwinden oder gelöscht wurden. Mit verschwunden meine ich inaktive. Lieber wäre mir gelöscht. Sollten diese allerdings wieder auftauchen, würde ich mich direkt wieder zurückziehen und dann zu 90% für immer. Ach du, es könnte sein, dass die Leute wirklich so, wenn du jetzt ein ganzes Jahr lang komplett weg bist, irgendwann das Interesse verlieren. Also einige, auch aufgrund der Erfahrung mit dir, du hast ja schon öfter gesagt, du hörst aufgelegen, ich warst ja auch schon mal tot, und ja, bleib ein Gewehr bei Fuß stehen, für den Fall, dass du doch wieder irgendwann am Horizont auftauchst und sagst, mit den Leuten, da bin ich wieder. Du weißt ja, ne, der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit. Aber klar, gibt bestimmt viele, die im Laufe der Zeit das Interesse an dir verlieren, andere Hobbys finden. Aber wenn du wieder da bist, entweder kommen die zurück oder es kommen neue. Die nennen sich dann halt vielleicht anders. Das sind andere Leute mit anderen Namen. Aber solange du so weitermachst, wird es immer Leute geben, die das nicht gut finden. Das wird er nie kapieren. Das war mit der andere Weg beim Beschreiten des zweiten Weges gemeint. Ah, okay, habe ich, gut, jetzt habe ich das mit den Wegen verstanden. Also der zweite Weg war der zweite Weg. Jetzt habe ich das auch kapiert. Danke, Rainer. Gut, dass du es erklärt hast nochmal. Der Weg würde sich an diesem Punkt spalten und führt zurück zum Weg, wo ich austeige. Es müssten harter Kanäle wie Eule gegen Mobbing, Jutze, alles von Inge, Ofenkäse, Kloner und andere Kanäle auf allen Plattformen, YouTube, Twitter, TikTok, etha gelöscht werden und oder inaktiv sein. Warum sollte man die löschen, Rainer? Die tun alle nichts, was irgendwie verboten wäre. Welchen Grund sollte irgendjemand haben, denen die Kanäle zu löschen und dann auch noch alle, also die quasi komplett aus dem öffentlichen Leben rauszuballern? Soll man die Leute am besten gleich noch einsperren, lebenslänglich, irgendwie auf die Teufelsinsel, wäre das dem Herrn genehm? Auch hier gilt natürlich. Sollte es wieder dazu kommen, dass diese sich reaktivieren oder in dem Ausmaß neue auftauchen, bin ich sofort weg. Ja, dann kannst du gleich wegbleiben, denn wenn du wieder kommst, auch wenn alle alten weg sind, es kommen sehr schnell neue. Das ist dein einziges Talent. Du züchtest ja Leute, die dich nicht leiden können. Andere Voraussetzungen wären mitunter, dass ich meinen YouTube-Kanal zurückbekomme oder die Möglichkeit, mir einen neuen zu erstellen. Ich würde gerne versuchen, wen die Hatter sich soweit erledigt haben, auch Sponsoren zu bekommen. Ich habe einige Ideen und Pläne für zukünftige Projekte, die ich ohne finanzielle Mittel nur schwer oder gar nicht verwirklichen könnte. Okay, also YouTube, wir wissen ja alle, ihr wollt, dass Rainer zurückkommt. Ihr müsst also nichts weiter tun, als ihm seinen Kanal zurückzugeben oder ihm zu erlauben, einen neuen Kanal zu machen. Alle Leute, die irgendwas gegen ihn haben, auf Lebenszeit wegzumitteln und besorgt ihm noch ein paar Sponsoren, die im fünfstelligen Bereich ein bisschen Geld springen lassen. Dann wäre er durchaus bereit, mit sich reden zu lassen. Voraussetzungen. Ich würde theoretisch schon morgen wieder einsteigen, wen die Bedingungen erfüllt wären. Ja, du würdest sofort wieder einsteigen. Wenn YouTube bei dir anrufen würde und sagen, übrigens, irgendein Gericht hat uns verboten, Leute lebenslang zu sperren. Wir dürfen die nur noch für eine bestimmte Zeit sperren. War da nicht auch irgendwas, dass da ein Gesetz oder ein Urteil zu erwarten ist, dass Plattformen nicht lebenslang sperren dürfen? Irgendwas habe ich da mal am Rande mit einem halben Uhr mitbekommen. Rainer, du wärst sofort wieder da. Also wenn Uwe dich lässt. Allerdings würde ich schon gerne für den Rest des Jahres mich zurückziehen. Ich habe die letzten zehn Juliare mehr als genug Mist erlebt und will erst mal für mich sein und mich auf mich konzentrieren. Außerdem genieße ich es einfach mal, keinen Stress zu haben, dass ich an streams oder videos.at denken muss. Ja, Raini, ne, so, Bürgergeld leben, bestes Leben. Einfach gar nichts machen, also noch weniger als sonst. Kohle kommt vom Staat, das ist toll, ne? Ja, das gefällt dir. Punkt zwei, ich komme sicher wieder. Ich weiß, dass viele das denken und viele das auch als 100% sicher darstellen. Es ist alles andere als sicher. Ich selbst schätze die Wahrscheinlichkeit allerdings eher auf 30% ein. Vielleicht 50% unter Berücksichtigung der Vorausgesetzt, die oben genannten wurden. Rainer, du hast eben gesagt, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, bist du auf jeden Fall wieder da. Auf jeden Fall ist mehr als 50%. Kannst du nicht wissen, Prozentrechnung habe ich, glaube ich, gar nicht mehr gelernt. Also alles, was über das kleine 1x1, ein bisschen Bruchrechnung, ach nee, komm. Rainer, du hast eben gesagt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann bist du wieder da. Ja, aber nur zu 50%. Kannst du dich echt mal entscheiden? Irgendwann, bei Gelegenheit. Ich würde das Ganze gerne etwas genauer ausführen. Oh nein, bitte nicht. Rainer, das Geschwurbel geht schon lang genug. Wie ich in Punkt 1 schon angesprochen habe, sehe ich aktuell die beste Chance, seit 10 Juliaren auszusteigen. Warum spricht diese KI Jahre eigentlich zu Jahre? Was stimmt mit der Trulane? Da es ruhiger wird und wurde. Vermutlich wird das hier wieder als Vorwand benutzt, Stress zu verursachen. Aber ich sehe, wie es hinter den Kulissen aussieht. Immer mehr Hatter steigen aus. Einige haben aktuell ernsthafte Probleme mit den Gesetzen aufgrund ihrer jahrelangen ausschweifenden Jagd auf mich. Ja, das stimmt. Habe ich auch gehört. Einige dieser Hatter, die jahrelang Jagd auf ihn gemacht haben, da kam jetzt das Forstamt drauf. Die haben gar keinen Jagdschein. Die sind jetzt dran wegen Wilderei. Doch, doch. Hört auf zu lachen. Ich sehe, was alles passiert ist und was bald alles noch passieren wird. Ach ja, stimmt. Du weißt ja, was 2024 passieren wird, wo du ausgesorgt hast. Das wird richtig schön. Hast du Ofenkäse eigentlich schon seinen ganzen Besitz aus dem Kreuz geklagt? Du wolltest doch, dass er den Rest seines Lebens hart arbeiten muss, aber das Geld bekommst dann alles du? Und die Zukunft sieht für mich rosiger aus, damit ich wirklich ausstiegen kann. Sicher, auch wenn ich dauerhaft raus bin, bleibe ich sicher noch lange im Fokus. Aber ich sehe, dass der Fokus von mir schon jetzt abfällt. Worüber ich sehr froh bin. Ich weiß, die meisten glaubt, dass ich die Aufmerksamkeit liebe. Aber das war nie der Fall. Nein, natürlich nicht, Rainer. Du wolltest immer eigentlich nur der Typ von nebenan sein, der Videos macht. Niemand weiß, wer macht diese Videos überhaupt. Deswegen hast du auch immer dafür gesorgt, dass man dich nie im Bild sieht, wenn die Kamera lief. Du hast dich immer hinter die Kamera gesetzt und solche Sachen wie Autogrammkarten oder so. Das hat er auch nie gemacht. Wenn einem jeder auf die Finger schaut, kann man sich nicht frei bewegen oder entfalten. Und ich habe auch über die das Jahrzehnt gemerkt, dass es meiner Kreativität stark geschadet hat. Hat irgendjemand mal was von Kreativität an ihm entdeckt? So in homöopathischen Dosen wenigstens? Inzwischen scheint sie langsam zurückzukehren. Ich habe ein neues Buch angefangen. Zum Thema Fantasie und Drama. Ein Gerre, was ich in der Kombination auch noch nie geschrieben habe. Ja, und das war auch gut so, Rainer. Dann belass es doch einfach dabei. Was soll denn dabei rauskommen? Fantasy und Drama von Winde verweht mit Drachen. Oder wie oder was? Smaug knattert dann Scarlett O'Hara durch. Und sie lächeln auf Tara. Rainer, das will keiner lesen. Vor allem, ich sehe ja den Text vor mir, wie du den Blog-Eintrag geschrieben hast. Dass die KI-Stimme so vor sich hin stolpert, liegt nicht nur daran, dass die KIs halt nicht so ausgereift sind, sondern halt auch wirklich, dass kaum ein Wort richtig geschrieben ist. Da ist kein Satz korrekt formuliert. Du kannst nicht schreiben, Rainer. Sieh es doch endlich ein. Werde ich also wiederkommen. Ich will es nicht ausschließen, besonders, wen das, was mir wichtig wäre, klappen würde, wie in Weg 1 und 2 zusammengefasst ist. Fall so das Verschwinden von hatter Telegram oder meine Rücken auf YouTube. Hast du Rücken gehabt auf YouTube? Oder musst du Orthopäde gehen auf TikTok? Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, wen ich einen Job finde, bei dem ich arbeiten kann und halbwegs gut verdiene, Ja, Rainer, das kannst du knicken. Also Job finden vielleicht. Arbeiten kann. Naja, können. Aber gut verdienen, Rainer. Mehr als ungelernter Helfer wird bei dir nie drin sein. Da verdient man halt leider extrem schlecht. Auch wenn das Arbeiten sind, die gemacht werden müssen, die auch sehr wichtig sind. Dann sind wir mal ehrlich, die Leute oben im Büro, die können auch nichts verkaufen, wenn unten keiner steht und das herstellt. Das ist was, was gerne übersehen wird. Aber man verdient halt nicht gut dabei, Rainer. Dazu meine Bücher und andere Dinge, die ich gerne mache, im Privatleben klappen. Dann bin ich vermutlich für immer raus. Vermutlich ohne mich jemals umzudrehen. Und ich muss sogar sagen, dass mich das deutlich mehr reizt, als die Idee zurückzukommen. Rainer, übrigens beim Thema Bücher, da fällt mir was ein. Weißt du, was man auch machen muss, wenn man Bücher verkaufen will? Da gibt es dann so Reisen. Da geht der Autor in verschiedene Büchereien zum Beispiel und liest da Teile aus seinem Buch vor. Und Leute, die das Buch toll finden oder es eventuell kaufen könnten, kommen dahin, hören sich das an, dann unterhalten sie sich mit dem. Dann gibt er Autogramme, Signiatbücher und lauter solche Sachen. Also der steht dann quasi wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Ja, sowas aber auch. Rainer, genau das, was du nicht wolltest. Also mit Büchern, das wird wohl doch nichts. Schade. Die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre werden schwer. Auch weil ich nahezu alles verloren habe von Familie und Freunden bis hin zu meinem Zuhause. Du hast das nicht verloren, Rainer. Dein Haus hast du verkauft, Familie und Freunde hast du weggeekelt. Das hast du nicht verloren. Man schneidet sich ja auch nicht die Haare ab und sagt, oh, ich habe meine Haare verloren. Ich baue mir alles wieder auf und wen ich dafür den Rest meines Lebens brauche. Ja gut, er wollte das Schanzengrundstück ja zurückkaufen. Das müsste auch bald soweit sein. Ende des Jahres war, glaube ich, der anvisierte Termin, bis wann er das Schanzengrundstück zurückkaufen will. Und dann baut er natürlich auch die Bude wieder neu auf. Am besten mit eigenen Händen. Er hat ja Erfahrung. Er hat in der Kanalisation die Dächer gedeckt, dann hat er in der Holzschmiede... Er ist ja ein Tausendshasser handwerklich, macht ihm keiner was vor. Rainer, ich würde zu gern sehen, wie du versuchst, irgendwas zu bauen. Ja Rainer, ähm, jetzt ist die Richtung auch nicht durchdacht. Ich war auch noch nicht bereit auf bestimmte Dinge zurückzugreifen, die ich nun aber ergreifen will. Muss ich nicht näher erläutern. Im Moment sehe ich einen guten Weg, auszusteigen. Ich sehe, dass es wirklich gelingen kann und bin auch nach einem Monat noch davon überzeugt. Genauer gesagt hat schon das ganze Jahr 2024 auf mich diesen Eindruck gemacht, dass es Zeit wird. Jetzt sehe ich diesen Weg sehr klar auf mich zukommen und ich bin bereits die ersten Schritte darauf gelaufen. Skirolta, der Weg des Influencers, führt immer noch neben mir entlang, dass ich ihn weitergehen kann, noch trennen sich diese Wege nicht. Aber ich bleibe... Rainer, du bist kein Influencer, du warst noch nie ein Influencer. Influencer sind Leute, die ihrem naiven bis ganze blöden Publikum ein perfektes Leben vorspielen, damit es von diesem komplett verblödeten Publikum Kohle bekommt, um dieses fake, perfekte Leben weiterhin vorgaukeln zu können. Mit dem schönen Nebeneffekt, dass das hageldumme Publikum immer mehr in Depressionen rutscht, weil es selbst kein perfektes Leben hat, sondern ein reales Leben, in dem halt nur mit Wasser gekocht wird, wo auch mal ein paar Steine im Weg liegen. Und natürlich, die dann auch mit Werbeverträgen ihrem bekloppten Publikum irgendwelchen unfassbar unnötigen Schrott andrehen sollen und dafür noch mehr Geld bekommen. Nichts davon warst du je. Du warst dein eigenes beklopptes Publikum, okay. Aber sonst... Ich bleibe fürs Erste auf dem Weg, der zurück in mein privates Leben führt. Ich sehe aber auch schon in der Ferne die Entscheidung, auf mich zuzukommen. Schlusswort Ich habe natürlich den Gedanken, dass ich genere weitermachen würde. Ich habe zwölf Juliare meines Lebens in mein Lebenswerk gesteckt. Auch wenn es nie geklappt hat, was ich wollte. Ja, das ist wirklich tragisch. Zwölf Jahre und er hat es nie geschafft, vor dem Pariser Turm zu hepbängen. Für den Weltfrieden. Vielleicht ist die Welt noch nicht bereit, etwas gegen Hass, Mobbing und Diskriminierung zu unternehmen. Och, ich kann es nicht mehr hören, Rainer. Dennoch, wen das, was ich gesagt habe, nicht erfüllt, wird es keine Rücken von mir geben. Oh, schade. Keine Rücken? Gibt es vielleicht ein paar kalte Schultern oder ein angedeutetes Ohrläppchen? Es müssten schon endlich mal alle mitteinsteigen, gegen Intoleranz anzugehen. Wen aber sogar Leute wie Gronkh und andere große Stremer sich lieber dem Hass hingeben, als gegen ihn zu stehen. Ist die Hoffnung wohl längst verloren. Ja, Rainer, davon abgesehen, dass du Gronkh ja nicht verfolgst und dir das alles an sämtlichen Eichen vorbeigeht, das tut weh, dass Onkel Gronkh sich über dich lustig macht, ne? Das tut richtig weh, dass das trifft ihn hart. Rainer, wie kommst du darauf, dass... Moment, ich bin jetzt komplett in der Zeile verrutscht, dass Gronkh und andere große Stremer sich dem Hass hingeben. Die machen ab und zu mal ein Späßel über dich. Die machen auch Späßel übereinander, so gegenseitig. Weil die wissen, man kann sowas auch mal machen. Er wirft dann immer mit so großen Worten um sich. Aber das, was er selbst macht, das ist ja immer nur... Ja, das muss man verstehen. Mein Traum war es, mit allen Striemern und Leuten der Öffentlichkeit etwas gegen Hass zu unternehmen. Dass jeder, auch Schüler und Arbeiter privat, beruflich ihr Leben ohne Mobbing, Hass und Diskriminierung leben können. Ja, das war dein großer Traum. Und als dich mal jemand gefragt hat, ob du mal für einen Nachmittag an seine Schule kommen willst, um ein paar Worte über Mobbing zu sagen, da ist dir eingefallen, dass du im April ja schon was vorhast. Oder im Mai, oder wann das war. Und im August auch. Und im September sowieso. Also geht das überhaupt nicht. Aber dein großer Traum war es, dass alle Streamer sich hinter dir versammeln und sagen, Rainer, führe uns zum Sieg gegen Hass, Mobbing, Asozialität und Nazis. Sogar Uwe sollte da mitlaufen wahrscheinlich. Meine Güte, der stellt sich wieder hin als der Gandhi von Wuppertal. Aber abgesehen davon war er noch nie in Wuppertal, glaube ich. Doch das scheint sich nie zu erfüllen. Wir sind im Jahr 2024 und kaum wieder als 1924 oder noch früher. Nein, was war 1924 denn, Rainer? Erzähl doch mal. Wenn du das ja schon so rauspickst, was war da so? Wie waren die Leute da drauf? Was trug man? Welcher Film lief gerade in Kino? Gab es da schon Kino? Ich glaube ja, oder? Natürlich Stummfilm. Da saß noch einer vorne mit dem Klavier. Und ab und zu hat einer diese Texttafeln in die Kamera kam. Es war furchtbar. Rainer, was war denn so in dem Jahr? Hat Queen Victoria dann noch gelebt? Wir haben uns kaum weiterentwickelt und gerade wenig die Jugend sehe. Wie sie einander angreifen oder behandeln, ist die Hoffnung vermutlich längst erledigt. Respekt ist tot. Toleranz auch genau wie jede Form von freundlicher und höflicher Umgangsform. Ja, und das sagt ausgerechnet er. Ausgerechnet du redest davon, dass Respekt tot ist und Toleranz auch und freundliche und höfliche Umgangsform auch. Rainer, du warst in all den, all die Jahre nichts weiter als ein abschreckendes Beispiel. Du warst ein Negativbeispiel für all das. Das ist der Grund, warum ich weiter sehr von der Idee angetan bin, wieder ein anonymes Leben zu führen. Ich wieder alles machen kann, was ich machen können wollte, auch wenn ich dann mein Hobby, was mein Beruf war, so nicht mehr ausüben kann. Ob ich nie wieder komme, sollte ich mich dafür entscheiden, nach dem Jahr nicht wieder einzusteigen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, aber wer weiß. Okay, du hältst es für sehr wahrscheinlich, dass du wiederkommst. Weiter oben hast du gesagt, wenn YouTube und die Weltregierung auf deine Forderungen eingehen, dann kommst du zu 100% zurück. Also 50-50, jetzt eher wahrscheinlich. Kannst du dich echt mal entscheiden? Dieses permanente Hin- und Herhüpfen macht mich wahnsinnig. Was die Zukunft bringt. Ich kann kaum über den heutigen Tag hinaus sehen und will ich auch nicht. Rainer, du kannst dich mal von der Tapete bis zur Wand denken. Die Zukunft ist frei. Die Vergangenheit liegt hinter mir. Nachtrag an den Anzeiger-Typ. Ich habe... Anzeigenhauptmeister. ...zwölf Schuljahre Joutube gemacht. Ich wollte niemals harte und ich wollte nur ein entspanntes Leben. Die Aufmerksamkeit hätte ich mit Freuden abgelehnt. Wen ich meinen Beruf ohne diese machen könnte. Ich denke mal, das geht. Man darf sich halt nicht vor die Kamera setzen. Also solange niemand weiß, wer man ist. Bei hier Atze Schröder, der hat sich auch relativ erfolgreich seine wahre Identität geheim gehalten. Na gut, wer will schon mit so einer Verrückung rumlaufen. Ja, er hat da auch ein bisschen dann den Streisand-Effekt gepullt. Aber wenn man es geschickt anstellt, wäre es durchaus möglich, Raini. Lass mich bitte aus deinen Aktionen raus. Und wen ich dir einen Tipp geben darf. Der auf zwölf Schuljahre Erfahrung passiert. Du solltest dir genau überlegen, ob es das wert ist. Das stimmt allerdings. Ich empfehle dir, dass du aufhören solltest, solange das noch geht. Falls das überhaupt noch möglich ist. Ja, ich denke schon, dass es noch möglich ist. Ich weiß auch nicht, was im Kopf von diesem Anzeigen-Dewis-Buddle da vor sich geht. Er scheint da ein gewisses Problem zu haben. Er will aber auch die Aufmerksamkeit. Er sieht es ja auch als Geschäftsmodell. Wenn ihm ab und zu mal einer klatscht, dass er damit Kohle verdient. Ich weiß nicht, was er sich davon erhofft hat. Dass er jetzt auch noch gesagt hat, ey Drachenlord, ich will mit dir streamen. Vielleicht ist er wirklich so naiv, dass er denkt, juhu, dann kriegt er viele Hater. Die kommen dann vorbei, stellen sich vor ihn, sagen, du bist doof. Dann kann er sie anzeigen, bekommt Schadenersatz und verdient einen Haufen Kohle. Damit könnte es sein, dass er wirklich so behämmert ist, das zu glauben. So, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Wozu? Du liest es ja sowieso nicht. Ich bin damit raus und wünsche euch allen noch eine schöne Zeit. Euer Drache. Ja, das war es auch schon. Och, mein lieber Julli. Den Link zur Drachenchronik, wo ihr das nachlesen könnt, habe ich euch unten in die Videobeschreibung geprügelt. Weil man hat ja jetzt auch nicht alles verstanden. Und ich habe auch an der einen oder anderen Stelle dazwischen gequatscht. Das hat ein bisschen den Fluss unterbrochen, möglicherweise. Deswegen kann ja sein, dass ihr das nachlesen wollt. Und für die, die sich das anschauen wollen, ja, viel Spaß dabei. Jetzt bin ich aber endgültig für heute raus, glaube ich. Außer es kommt nochmal was. Halte ich aber für eher unwahrscheinlich. Wir sehen uns spätestens morgen wieder. Und bis dahin, möge das mit, mit euch sein. Bis zum nächsten Mal.